Hast du Julien Bams neues Video schon gesehen? Also ich kann mich nicht dran zurückerinnern, wann ich mal ein Video von Julien Bams hier geschaut hab. Ähm, nee, hab ich nicht gesehen, Liga. Das letzte Märchen in Asozial. Schaut ihr Julien Bams? Also ich weiß, der macht kranken Scheiß, der hat unnormal viel Aufwand für seine Videos. Was war das? Also im Prinzip genau das Gegenteil von mir. Gott verdammt, wo finde ich denn jetzt mein Hotel? Ich weiß nicht, ob es die Straße war oder die nächste. Die ganzen Blocks sehen auch gefühlt hier alle gleich aus. Äh, sorry? Sorry? Ja, Gott verdammt, die Leute hassen mich doch auch schon wieder alle hier. Mal die Dame hier im BMW. Äh, sorry? Hi. Do you know where the 60 Hotel is? Are you, are you single? Oh. Haha. Aber, ähm, ich bin, ich bin, also ich verfolge den jetzt nicht so. Ab und zu manche Videos sind schon lustig. Seit zwei Jahren, nix mehr von ihm gehört, okay. Hm. Hat der nicht mal aufgehört oder so, Chat? Julien Bams? Ich glaube, der hat mal aufgehört, oder? Ja. Hm. Mit dem Zweitkanal weitergemacht. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020